Jeder, der mich kennt, weiß, was ich von warmem Bier halte, nämlich nix. Aber lieber ein warmes Bier als ein kaltes Herz. Aus diesem Grund habe ich jetzt dieses T-Shirt entworfen, der rein erlöst durch den Verkauf jeder SOS-Mitmensch, die sich seit Jahrzehnten für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen. Also, holt euch so ein Teil, es schaut nicht nur verdammt gut aus, ihr tut damit auch Gutes und ich hoffe, dass ich es für Leute bestellen, dass man eine Summe zusammenkriegt. Jetzt nur kurze Zeit im TurboShop.